Willkommen zurück zum OKCHAW-Podcast. Wir sprechen heute über Weird Crimes, den Weird Beef zwischen Iris Anioli und VisaVie aka Lottie. Was passiert sein könnte, besprechen wir hier, denn beide haben interessante Statements gepostet. Die eigentlich sagen, was passiert ist, aber finde ich schon. Aber gut, da können wir ja gleich drauf eingehen. Wir lesen es mal vor. Machen eine Live-Reaction. Ansonsten den Podcast könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Wir sprechen diese Woche über den Weird Beef der Woche. Dann sprechen wir über Jennifer Lopez und Ben Affleck und über Cora Schumacher und Ralf und wie die sich gerade online verkloppen. Mit WhatsApp-Chat-Screenshots. Das wird echt krass. So, wir fangen aber jetzt an. Am 15. August erschien die letzte Folge des True Crime Podcasts Weird Crimes. Wenn man mit dem Wissen, das wir jetzt haben, da reinhört in die Episode, merkt man, dass die beiden Frauen sehr nervös klingen und sichtlich angespannt. Ist eigentlich eine nervöser als die andere oder ist das einfach insgesamt... Gleichermaßen nervös. Weird Vibes. Weird Vibes. Weird Vibes. Ja. Okay. Das ist richtig komisch. Ines spricht wie immer über ihre Füße und Visa hört zu und lacht zwischendurch, aber halt so schwach so. Ich habe das halt nie verstanden mit den Witzen mit den Füßen, aber das war ja so ein Running Gag, ne? Genau das. Visa, wie, also Lotti entschuldigt sich dann auch dafür, dass die Leute hat oft schätzen lassen. Das fand ich komisch. Sie hat nämlich Ines Anjuli oft schätzen lassen. Wie viel Geld, denkst du, wurde gestohlen? Wie viele Jahre, wie groß ist das Grundstück? Und immer wenn Ines dann irgendwie richtig geschätzt hat, war dann Lotti immer total genervt und war so, äh, warum hast du es richtig geschätzt? Es war auch immer eine komische Dynamik, deswegen dachte ich so, okay, war das wirklich ein Problem? Und hat sie sich deswegen irgendwie jetzt entschuldigt? Also ganz, ganz komisch. Dann hat sie auch gesagt, dass sie Füße eigentlich gar nicht so schlimm findet, wie sie immer tut. Ja, viele haben ja schon sehr lange spekuliert, dass die Stimmung zwischen den beiden nicht so gut ist. Das wusste ich nämlich gar nicht. Ich hab's noch nicht gecheckt, muss ich sagen. Immer wenn ich Kommentare lese von zu Weird Crimes, ich kann das irgendwie nicht, Weird Crimes, dann sind die immer positiv und immer, wir lieben, also, oder löschen die Kommentare? Ich weiß es nicht. Oder hast du die mal gesehen selber? Ich weiß, dass hier Fiona, sie hat ja gesagt, dass sie das Anfang des Jahres gemerkt hatte. Ich glaub, ich hab unter irgendeinem TikTok-Video auch so einen Kommentar gefunden. Ich glaub, Fiona macht unser, ähm, so, ähm, unser Logo jetzt bald und so unsere Designerin. The Probe Corner. Genau, The Probe Corner. Genau. Und deswegen, ich weiß nicht, ich persönlich hab gar nichts gemerkt. Ja, okay. Ja, wirklich auch. Hast du nochmal reingehört? Oder einfach so generell? Von meiner Erinnerung, weil ich hör die ja eigentlich immer mal wieder. Und ich hab nie irgendwie komische Vibes gemerkt. Ich muss aber auch sagen, ich hab den Podcast... Doch, ich hab mal schon mal von Anfang an angefangen. Du hast schon viel gehört, hast mir immer wieder davon erzählt. Aber vielleicht kannte ich auch ihre Dynamik nicht und war da nicht so feinfühlig für. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie mehr gemerkt voneinander waren. Weil das war ja... Weil das es gereizter war. Genau, meine erste Reaktion, als ich ja ein Video, äh, hier einen Podcast davon gehört hab, war halt, irgendwie scheint Ines zu stören mit ihren Kommentaren. Weil sie mich gestört hat. Weil ich einfach nicht verstanden hab, okay, welchen Mehrwert bringt sie jetzt mit? Und Comedy und True Crime ist eh eine interessante Mischung. Da gibt's ja eh eine Riesendiskussion überhaupt, wie ethisch True Crime eigentlich ist. Und... Aber irgendwie Lotti hat das immer so cool gemacht mit der Musik. Und dann war das immer wie so ein Record Scratch. So ein... Ja. Und dann spricht Ines. Ja. Das ist so weird. Ja. Ja. Weird Crimes. Weird Crimes. Die letzten fünf Minuten sind auch interessant. Weil sie sich mit so liebevollen und wertschätzenden Worten den ZuhörerInnen verabschieden und dem Team. Mhm. Aber nicht wirklich was Nettes übereinander sagen. Kein Danke, dass wir das zusammen machen konnten. Bla, bla, bla. Sondern halt wirklich Danke an alle, die uns zugehört haben und das tolle Team, das uns unterstützt hat. Hätte man nicht einfach sagen können, so hey, das war eine krasse Reise, wir haben viel durchgestanden, gute und schlechte Zeiten gehabt, aber am Ende können wir stolz sein auf unser Projekt, bla, bla, bla. Hätte man nicht sowas sagen können. Ist man so zerstritten, weil sorry, also, dass ich keine guten Worte zu jemandem also finden kann, da muss ich die Person hassen. Die muss mich körperlich angegangen sein. Ich meine, das Statement... Ja, okay. Ja, aber auch das reicht mir. Ja, ich weiß, aber auch das. Ich frage mich wirklich, was ist Schlimmes zwischen den beiden passiert? Ja. Okay. Oh mein Gott. Ja. Das, genau, Weird Crimes läuft seit Juli 2021. Es gibt insgesamt 72 Folgen und das Konzept lautet wie folgt. Vis-a-vis kniet sich in die Recherche rein, weiß alles, präsentiert das dann ausführlich der Ines, die dann zwischendurch ein paar Dinge kommentiert oder irgendwas schätzen soll. Sie macht ständig Fikifiki-Witze, reagiert auf das Gesagte und genau, im Grunde das. Du hast dann die Expertin und die, die gar nichts weiß, das ist das Konzept. Das hört mich so abwarten. Offiziell heißt es auch, True Crime Junkie vis-a-vis erzählt von den absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfällen. Comedian Ines Agnolo hört sich das an und legt den Finger in die Wunde des Wahnsinns. Und wir hatten ja, ne, früher ja auch dieses Konzept, dass irgendwie jeder, weil wir haben ja immer so, jeder hat sein Thema und präsentiert der anderen Person das. Wenn ich oder du nichts davon, also keine Ahnung von dem Thema haben, ist die Folge nicht gut. Man merkt das einfach. Man kann halt nicht verskutieren. Nee, und man versteht vor allem nur Bahnhof. Früher, ich weiß noch, wo ich die ganze Sache mit Didi und mit den Gangs und so, das war eine ältere Folge. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Video, doch, wir haben ein Video dazu gemacht. Und ich sehe in deinem Gesicht, krass, die versteht das gar nicht. Aber das waren halt auch viele Namen und so. Deswegen... Schwierig. Ja. Schwierig. Aber es hat ja lange gut funktioniert. Ja, das stimmt. Der Podcast ist enorm erfolgreich, dem hören 386.000 Menschen zu, also beziehungsweise das sind die offiziellen Spotify-AbonnentInnen und die haben auch 4,9 Sterne. Wir haben 14.000, was ich schon viel finde. Ja, das ist krass, ne? 386.000. Meine persönlichen Favoriten, wenn ihr reinhören wollt, ist die Blutrache der Baditenkönigin und die Rache der Nazitochter. Der Podcast war auch so erfolgreich, dass er am 23. Dezember die Lanxys Arena mit 14.000 Menschen füllen konnte. Damit waren sie ja auch die Ersten, also der erste Podcast, der eine Arena in Deutschland füllen konnte. War eine absolut weirde Show. Die Clips, die dann hier zirkulierten, ich hab nichts verstanden. Also die meisten Clips waren ja zu Ines mit ihrer Fußshow, a la Scooter und wie sie rumgejumpt ist und dann, wie man so voll Lottie hinten sieht, das sieht so witzig aus. Und ich hab nur einen Clip gesehen, aber den hab ich nicht mal wiedergefunden, wo Lottie und ihr Mann Savi, oder auf jeden Fall Savi, der Sänger, da auch irgendwie, ich glaub, die haben die Geschichte so ein bisschen nachgestellt oder so. Was ich super cool finde. Das war auch so eine ältere Story, war jetzt auch nicht so problematisch, glaub ich. Nur ich meine nicht. Genau, die Story geht um einen Raubüberfall, der ist am 23. Dezember 1927 passiert. Genau, das haben die nachgestellt. Der Räuber war halt wie ein Weihnachtsmann angezogen. Das war so die Connection zu Weihnachten und halt einem Crime-Fall. Ja, cool. Der auch vergleichsweise zu den anderen Fällen nicht so krass war, deswegen kann man vielleicht noch ein Auge zudrücken, wenn man halt so eine weirde Show noch dazu macht. Weil, klar, wenn man etwas nachstellt, dann stellt man das nach, aber ich find halt so das Rumgetanze auf so Technomusik. Das hat keinen Sinn ergeben. Es macht wahrscheinlich für die Fans Sinn. Für die Fans, die halt diese Jokes mit sich finden und die Dynamik. Aber ich glaub, ich wär echt irritiert gewesen, wenn ich dort gewesen wäre. Ja, ja. What's happening? Und wir haben ja... Das tun ich auf jeden Fall. Gar nicht verstanden. Wir haben ja eine Live-Show gemacht, eine ganz kleine mit 60 Leuten, war super. Und ich weiß noch, wie wir uns so Druck gemacht haben, so okay zu performen, so irgendwas krasses zu machen. Und wir dann einfach gemerkt haben, nein, die wollen einfach nur uns sehen, die wollen einfach nur mal bei einem Podcast live dabei sein und mit uns reden. Vor allem Letzteres. Die wollen mit uns reden. Das ist das Einzige. Und die hätten das alles nicht machen müssen. Gut, ich meine, es scheint sehr gut angekommen zu sein. Genau, wenn jemand von euch bei der Show war und es irgendwie eine Meinung dazu abgeben möchte, schreibt das gerne in die Kommentare, weil ich finde das sehr spannend. Also ich sehe es so von außen als Nicht-Fan, kein Hass, gar nichts, sondern es ist einfach nur komisch für mich gewesen. So, deine Eindrücke haben wir ja jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Das heißt, wir haben eine Expertin und eine Person, die halt einfach nur mit ihrem Humor da reinkommt, nur in Anführungsstrichen. Und wo sich so eine Dynamik aufbaut, wo man merkt, okay, eine scheint genervt von der anderen zu sein. Und ja. Am 15. August postete dann Ines Agnioli Folgendes auf Instagram. Freunde, heute erscheint die letzte Folge von unserem Weird Crimes Podcast. Ich weiß, dass viele von euch sehr traurig darüber sind und ich war mir sicher, dass ich es auch sein würde. Ehrlich gesagt fühle ich mich erleichtert. Die letzten Monate waren für mich eine so starke psychische Belastung. Ich hatte Bauchschmerzen und schlaflose Nächte, wenn ich an diesen Podcast dachte. Das Ende kam für mich, wie auch für euch, unerwartet. Ich habe es anfangs nicht verstanden, hatte aber auch schon seit längerem eine Intuition, die mich nicht getäuscht hat. Mittlerweile weiß ich, was dahinter steckt. Ich habe mich ungewollt und klein gefühlt. Erst gefeuert für das, was ich bin und dann für dieselben Eigenschaften kritisiert. So oder so ist es besser, dass dieser Podcast vorbei ist. Normalerweise hätte ich dieses Projekt sofort beendet und euch nicht diese heile Welt vorspielen sollen. Sich zu verstellen ist nicht meine Art. Ich bin immer authentisch und ehrlich. Das kann man mögen oder nicht. Zum Ende habe ich mich in diesem Podcast so verstellt und selber nicht mehr gemocht. Das alles ist für mich ein beruflicher, aber vor allem auch ein menschlicher Verlust und tut sehr weh. Trotzdem schaue ich voller Stolz auf die Zeit zurück und kann es immer noch nicht glauben, was wir mit Weird Crimes geschafft haben. Oh, also richtig krass. Sie hatte eine psychische Belastung, Bauchschmerzen, schlaflose Nächte. Und das ist krass. Und das, also wir hatten das nur, wenn wir richtig schlimme Kollegen hatten, Chefs hatten, die uns halt runtergemacht haben. Ja. Und für sehr viel Druck gesorgt haben. Und dann, sie wurde nicht für das gefeiert, was sie, oder nicht mehr für das gefeiert, was sie ist. Ja, das heißt, das hat halt einfach nicht mehr gepostet. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie anfangs gemerkt hat, dass die Stimmung komisch ist. Dass vielleicht Lottie öfter vielleicht genervt war zwischendurch. Weil sie war manchmal echt sehr schroff mit Ines. Und dass es dann vielleicht ein Gespräch gab, wo das dann bestätigt wurde. Mhm. Ne, weil sie sagt ja, dann wurde mein Gefühl bestätigt. Die Intuition hatte sie schon länger. Oh, dann haben die halt nicht kommuniziert, die beiden. Anscheinend nicht. Das scheint halt etwas länger gedauert. Mhm. Puh, okay. Okay, also Lotties Statement ist ja auch sehr spannend. Ja, ja. Am 16.8., also einen Tag später, postete sie folgendes. Aber das ist richtig lang. Du könntest gerne abwechselnd mitlesen, wenn du willst. Okay. So, warte, ich muss zoomen. Zoomen? Echt? Du kannst das nicht lesen? Nein. So, ich hatte mir für uns alle gewünscht, heute einen würdigen Abschluss für Weird Crimes zu finden. Ich hatte mir vor allem für euch gewünscht, dass ihr diesen Podcast und die damit verbundenen Erlebnisse in guter und unbeschwerter Erinnerung behalten könnt. Sex in the City. Ja. All over again. Ja, auf jeden Fall. Aber da jetzt hier ein paar Anspielungen in den Raum geworfen wurden, die dazu führen, dass ich Nachrichten mit allen möglichen Spekulationen und sogar Vorwürfen bekomme, ist es mir sehr wichtig, meine Perspektive zu teilen. Und auch wenn ich das eigentlich im Interesse a la privat halten wollte, kann ich so zumindest etwas konkreter auch ein paar generelle Fragen nach dem Warum beantworten, die verständlicherweise seit Monaten gestellt werden. Also erster Diss an Ines, sie wollte es privat halten, Ines hat es die Öffentlichkeit besaunt. Weiter im Text. Erstmal grundsätzlich. Menschen verändern sich, Beziehungen verändern sich. Egal ob beruflich oder privat. Das ist sehr schmerzhaft, aber gehört zum Leben dazu und es ist okay, sich zu trennen. Wenn die daraus resultierenden Probleme zu groß werden. Vor allem, wenn Menschen sehr verschieden sind und von elementaren Dingen unterschiedliche Vorstellungen haben, die vielleicht für eine gewisse Zeit aber eben nicht auf Dauer harmonieren. Vielleicht das Konzept? Ja, weil du hattest ja gesagt schon mal, dass die beiden ja, nicht schon mal zu mir gesagt, dass die beiden ja eigentlich gute Freunde waren. Sie war ja auch auf ihrem JGA, Ines. Ja. Und ja, es waren sehr enge Freundinnen. Ja. Für mich ist es, seitdem ich krank geworden bin und meine Energie begrenzt ist, extrem wichtig geworden, dass ich mich in Freundschaften, aber auch in beruflichen Projekten zu 1000% wohl, sicher und verstanden fühle. Früher wäre das für mich nicht in jedem Fall eine zwingende Voraussetzung gewesen, um zwischenmenschlich oder arbeitstechnisch funktionieren und glücklich sein zu können. Heute schon. Mhm. Als ich gemerkt habe, dass das in Bezug auf Weird Crimes nicht mehr der Fall ist und sich das leider auch nicht durch Gespräche ändern lässt, habe ich nach monatelangen Kopfzerbrechen und mit, im wahrsten Sinne des Wortes, großem Herzschmerz die Entscheidung getroffen, den Podcast beenden zu müssen für meine mentale und körperliche Gesundheit. Und weil Lebenszeit das Wertvollste ist, das wir alle haben und meine zumindest sagen, dass bestimmte Blutwerte und verschiedene Erkrankungen nicht mehr so sicher und selbstverständlich gegeben ist, wie noch vor drei Jahren, als wir mit diesem Projekt gestartet sind. Mhm. Ich habe all das Anfang des Jahres genauso in einem langen Gespräch kommuniziert, habe mir bewusst jegliche Vorwürfe gespart und Enttäuschungen der letzten Jahre runtergeschlossen. Die letzten Jahre. Weil ich mir wirklich nichts mehr gewünscht habe, als dass man nach allem, was man gemeinsam erreicht und erlebt hat, friedlich auseinander gehen kann. Das heißt, Lottie, da baut sich ganz viel Wut ein paar Jahre lang auf und irgendwelche Enttäuschungen. Das muss mit ihrer Krankheit zu tun haben. Das muss mit ihrer, sie hat ja Long-Covid-Symptome mitzukämpfen, die halt irgendwie sehr allumfassend sind. Sie hat da wirklich sehr viele Probleme. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie halt einfach nicht die Energie hat, um irgendwie all das zu machen, auch sehr frustriert ist. Aber ich frage mich so, was das für Gespräche sind, was sie da wirklich angebracht hat. Welch können wir jetzt bei Ines jetzt auch nicht vorstellen? Sie ist eine erwachsene Frau, sie hat viele Freundschaften, scheint sehr beliebt zu sein, dass sie nicht in der Lage ist, irgendwie ihr entgegenzukommen. Oder da so, dass sie friedlich miteinander umgehen. Ich finde das total komisch. Ich hatte gestern bei der Recherche auf YouTube so ein Interview gesehen mit Ines Agnoli und Vis-à-Viv im Wohnzimmer. Das ist so ein YouTube-Format. Vielleicht ist das doch interessant. Ja. Weil dort hatte ich auch das Gefühl, dass die Stimmung angespannt war. Bitte, lass uns das mal zeigen. Oder gucken. Podcast aus der Hölle. Das war vor zwei Jahren. Das war 2022. 2022. Da werden halt Fragen gestellt. Und du hast oft das Gefühl, also Lisa, also Lottie guckt auch nicht so oft Ines an. Sie wirkt manchmal so leicht genervt von ihren Jokes. Ines guckt sie sehr oft an. Worldwide Wohnzimmer. Ich weiß nicht. Ach das. Ich konnte die Stimmung nicht so richtig einschätzen. Ich finde, am Anfang merkst du schon. Geh mal an den Anfang des Videos. Okay, wir gehen ganz am Anfang, ja. Ich weiß nicht, ob Lottie einfach genervt von den beiden Dudes ist. Oder einfach so schlechte Laune hat. Genau, mach mal ein bisschen mit Sound. Mit Visa Vie und Visa Lottie. Wir sind unfassbar glücklich, dass ihr bei uns seid. Unsere Fans wünschen sich auch immer weiblichen Besuch. Jetzt im Doppelpack sogar. Wirklich? Ja. Ja, aber nur nackt, oder? Nee, auch die Fans sind brav. Die mögen auch angezeigt. Ja, genau. Die wirkte richtig genervt. Und ich weiß nicht, ob sie genervt von den beiden ist oder ob schon schlechte Stimmung zwischen den beiden ist. Ich habe gerade vorhin eine Szene angeguckt, wo Visa oder Lottie über diesen Venenverschluss gesprochen hat, den sie bekommen hat, als sie 25 war oder so. Und da hatte Ines dann einen Witz gerissen. Und da wollte ich nur kurz gucken. Okay, wo ist das? Welche Minute? Okay, geh mal auf 9.50. Ich hatte einen Arterienverschluss wegen des Rauchens mit 25 und habe es dann so getimt, ich war dann im Krankenhaus, damit man, man hat halt versucht, damit man mir nicht den Finger amputieren muss mit so einem Gefäß erweiternden Mittel. Da hättest du dir eine Zigarette dann reinmachen. Ich fühle dich vielleicht, dass es dir herstellt. Fand sie nicht so witzig. Es war witzig. Sorry, aber wie viel? Die hatte erzählt, dass sie 40 bis 50 Kippen am Tag geraucht hat. Also kann natürlich sein, dass Lottie einfach ein Wrestling-Bitch-Face hat oder einfach komisch reagiert. Aber ich glaube, dass da eine große Diskrepanz zwischen dem ist, wie Lottie vor allem Thema Gesundheit anspricht und ihnen es dann aber vielleicht nicht mit dem nötigen Feingefühl für Lottie so rangeht. Und man merkt ja auch bei den Storys, das wird ja immer bei Visa wie immer krasser mit den Gesundheitsproblemen. Sie erzählt ja immer mehr und hatte auch letztes Jahr, oder war das letztes Jahr, immer mal wieder so eine Art, was heißt Breakdown. Sie hatte das Gefühl, sich einfach mitteilen zu müssen. Und sie wollte ja auch über ihre Krankheit sprechen. Und ich glaube, sie versteht da keinen Spaß. Tut sie nicht. Und sie hat sich, glaube ich, auch sehr verändert durch diese Krankheit und so. Und durch Corona vor allem. Ja, wahrscheinlich. Okay. Sie spricht vorher von diesem Gespräch. So, das hat aber leider nicht geklappt. Und danach kam für alle Beteiligten eine sehr unschöne Zeit. Das heißt, genau, es gab ein Gespräch, das lief nicht gut. Auch für mich war das extrem, das war wahrscheinlich das, was sie meinte, dass sie dann nicht mehr akzeptiert wurde für die Art, wie sie war. Okay. Auch für mich war es extrem schwierig, mir das alles nicht anmerken zu lassen. Aber ich wollte wirklich allen Involvierten und eben auch euch ersparen, was jetzt passiert. Und das hätte ich auch gerne so beibehalten. Es ging ja natürlich nicht nur um Emotionen, sondern auch um Verträge und eine Professionalität, die wir uns selbst, unserem Team, euch und diesem Projekt schuldig waren. Und eigentlich auch immer noch sind. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass unsere internen Konflikte heute auf die Arten der Öffentlichkeit gebracht werden. Und deswegen tut es mir sehr leid, dass das jetzt hier für alle so einen faden und traurigen Beigeschmack bekommt und ich das Ganze mit meiner Antwort darauf im schlimmsten Fall noch befeuere. Aber ich hoffe, ihr versteht, dass der Raum für Spekulation zu groß ist, um ihn nicht mit Tatsachen füllen zu müssen. Ich kann aber auch gewissermaßen Ines verstehen, wenn ich das Gefühl habe, mir hat mein Arbeitgeber und meine Freundin und meine Partnerin Unrecht getan. Vor allem das. Dann will man einfach nochmal zeigen, man hat mich scheiße behandelt. Für so ein bisschen zumindest Gerechtigkeit, für sich selbst zu sorgen. Von vis-a-vis Sicht der Dinge? Von Ines. Ach, Ines Sicht der Dinge. Viele sagen halt auch, warum hat sie das öffentlich gemacht? Manchmal, wenn du dich echt unfair und scheiße behandelt fühlst, willst du einfach nochmal für dich nochmal einstehen und was machen. Und vor allem, man bekommt schon für die kleinsten Dinge, die Leute stören, schon schlimme Nachrichten. Wir haben das ja auch ausgestellt, dass uns ja nur Leute schreiben können auf Instagram, die uns folgen. Und hätten wir das nicht gemacht, wir hatten davor, und wir waren super klein, haben wir schon richtig beschisse Nachrichten bekommen. Wir können gar nicht wissen, womit die beiden bombardiert werden. Und auch noch so diese Ultra-Fans, die dann der Meinung sind, man schuldet ihnen noch was, die dann auch noch sich auf Ines Seite stellen und dann vis-a-vis beleidigen und umgekehrt auch. Ich weiß, man weiß ja auch nie, was hinter den Kulissen auch abgeht. Und die haben nun mal eine Plattform. Und das sind Leute, die sind gewohnt, ihre Plattform zu nutzen. Deswegen, ich wundere mich darüber eigentlich nicht. Es ist vielleicht keine schlaue Business-Entscheidung, weil man muss ja auch überlegen, macht man sich damit irgendwie so beliebt, wenn man halt irgendwie Beef öffentlich austrägt, möchte man dann noch mit Ines zusammenarbeiten? Ja, man arbeitet lieber mit diskreten Leuten zusammen auf der anderen Seite. Aber ich wüsste, dass wir beide das wahrscheinlich, wenn wir jetzt eine schlechte Erfahrung mit jemand anderem hätten, der auch eine große Plattform hat, und wir fühlen uns echt benachteiligt, und wir leiden die ganze Zeit darunter, ich glaube, wir würden irgendwann mal auch was sagen. Ja. Ja, also ich verstehe beide Seiten. Ja, auf alle Fälle. Sie schreibt weiter, Ich bin definitiv nicht fehlerfrei. Ich hätte manche Sachen bestimmt früher, ja, oder deutlicher kommunizieren müssen, aber das habe ich aus meiner Konfliktscheuheit, Überforderung, Harmoniebedürftigkeit und manchmal auch aus Rücksicht auf gewisse Umstände nicht hinbekommen. Gut. Das, was aber ansonsten unterschwellig in den Raum geworfen wird, ist einfach nicht zutreffend. Um hier konkret noch eine Anspielung, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aktuell ist bereits ein neuer Podcast von mir in Planung, und das ist vollkommen legitim und sollte eigentlich kein Grund sein, das in irgendeiner Form gegen mich zu verwenden. Wird es aber. Deswegen kurz dazu. Weird Crimes war nicht nur sowas wie ein Baby für mich, um das ich mich die letzten Jahre von morgens bis abends gekümmert habe. Von diesem Projekt habe ich meine Miete bezahlt. Ich wäre diesen Schritt alleine deswegen niemals leichtfertig gegangen. Meine Möglichkeiten, Geld zu verdienen, sind dadurch meine gesundheitliche Situation mittlerweile sehr begrenzt. Zudem liebe ich es, Podcasts zu machen, ich liebe es zu schreiben und zu erzählen, und dass ich deswegen an etwas Neuem, Ähnlichem arbeite, sollte doch naheliegend und nachvollziehbar sein. Es geht um nichts weniger als meine Existenz. Ich will und werde kein neues Weird Crimes machen. Das sind wir zwei und werden wir auch immer bleiben. Und nur wegen dieser Konstellation war all das so erfolgreich. Ja, aber sorry. Es ist legitim, aber auch Ines Gefühle, angepisst zu sein, sind sehr legitim. Wenn sie deswegen angepisst ist. Aber klingt danach, wenn sie nicht fertig ist. Ja, ja, klar. Weil natürlich ist es nicht Weird Crimes, wenn Ines nicht dabei ist. Und natürlich ist es ein anderes Konzept, Oberflächlich betrachtet. Aber auf der anderen Seite, ich bin so gespannt auf die erste Folge von ihr. Weil ich stelle mir vor, dass es einfach genauso wird wie jetzt. Nur halt ohne Ines. Also einfach nur, alles bleibt so wie immer, nur kein Kommentar von ihr. Und wenn das der Fall ist, mit der Musik, mit der Art und Weise zu erzählen, mit den schrägen Geschichten. Weil das ist, was soll die denn sonst erzählen für True-Crime-Sachen? Geht sie dann, also es sei denn, sie geht in Richtung Paranormales. Das habe ich gerade auch gedacht. Ne, genau. Also wenn sie wirklich guckt, okay, ich gehe in die Richtung, mache irgendwie, keine Ahnung, oder eine andere Nische bedient sie, okay, dann könnte man das noch rechtfertigen. Aber es ist immer noch, ouch. Ouch, ja. Und es ist halt immer noch so rein menschlich gesehen und business gesehen einfach nur so mies. Ja. Weil du hättest ja auch weitermachen können. Ja. Weil ich frage mich halt, ja, gäbe es keine Möglichkeit, irgendwie mit Ines zu sprechen, um halt wirklich vielleicht die Arbeitshafteilung anders zu gestalten. Ich wette mit dir, Visa, die möchte das nicht. Die möchte das selber machen. Aber gäbe es die Möglichkeit, keine Ahnung, Ines rauszukaufen? Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Wenn, ne, so, aber gut, dann, ich weiß nicht, ob Ines da Bock drauf hätte. Ich meine, es ist ihr erfolgreichstes Format, glaube ich. Ich weiß nicht, gäbe es irgendwas, was man hätte machen können, um das noch irgendwie zu retten und wenn, dann musst du was ganz anderes machen. True Crime im Hip-Hop-Bereich, das wäre okay gewesen. Weil sie ja aus dem... Ich weiß noch True Crime im Hip-Hop-Bereich. Das wäre halt cool, weil sie kommt ja aus dem Hip-Hop-Bereich. Aber ich kann mir dennoch vorstellen, es tut dennoch weh. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Und vor allem, wenn ich hier die Kommentare... Und du fühlst dich dann auch wie der Otto. Ja, ja, ja. Weil unter den Kommentaren jetzt bei dem Video, worauf wir gerade reagiert haben, da sagen auch Leute, boah, Ines mit ihren Reaktionen, da zerstört sie meinen Trommelfell mit, die nervt, blablabla. Das heißt, eigentlich ist es so, okay, krass, jetzt haben die Leute, meine Hater, das bekommen, was sie wollten, nämlich ein True Crime-Format ohne mich. Wo meine, was ist, eine enge Freundin von mir, die geht da auch voll mit. Ja, ja. Und wenn man, ne, das könnte man bei uns beiden ja, das könnte man auch nachstellen. Wir könnten nicht mehr befreundet sein, wenn einer von uns beiden so... Wir merken, wir kommen nicht mehr miteinander klar. Aber ich fände das schon sehr krass. Wir sind so sehr kommunikativ. Ja. Wir würden immer eine Lösung finden. Aber wenn nicht, und du machst dann ohne mich weiter und auch so Popkulto-Kram und redest über Real Housewives, ich würde mich so hintergangen fühlen. Das ist es. Ja, ja. Wirklich, ja. Da muss man echt kurz die Buddha bei der Fische lassen, wie das heißt. Es ist echt krass. Und dass sie halt nicht versteht, also ich stelle mir das so vor, Lottie, also wir nennen sie die ganze Zeit, Lottie war es ja echter Name und dann vis-à-vis ist der Künstlername, wenn sie jemanden nicht kennt. Ich mir vorstelle, so, sie hat jetzt diese Long-Covid-Erkrankung und sie ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo sie einfach sagt, äfft euch alle. Das kann ich auch verstehen, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Bullshit und ich will es richtig machen und nach meinen Regeln spielen. Okay, dann muss, dann, dann steh dazu und sag einfach so, ich weiß, dass das scheiße ist, aber ich mache es trotzdem. Ja. Okay. Weil, ja, boah, das ist richtig kompensierend. Okay. Mhm. Sie schreibt weiter. Ich finde es, wie gesagt, absolut schade, dass das alles heute so endet, aber ich wünsche trotzdem allen Beteiligten, dass sie ihren Frieden mit der Sache machen können und sich ab jetzt alle wieder auf ihr eigenes Leben und die Dinge konzentrieren können, die wirklich wichtig sind. Sie wünscht sich dann darüber hinaus, dass keine Gerüchte den Umlauf machen, dass man mit den bösen Nachrichten aufhört, dass alle in Frieden gelassen werden und sie hofft, dass bald wieder Gras drüber wächst und das war's. Dann bedankt sie sich bei allen möglichen Menschen und Ende der Geschichte. Ich habe auch gesehen, sie hat auch nichts Neues gepostet oder so. Bitter, bitter, bitter. Also das ist eine richtig, nee, 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 sie hat danach noch gepostet. Nee, ich gerade jetzt, heute. Aber danach hat sie noch was gepostet, ja. Dann hat sie nochmal gepostet an die Boulevardpresse, dass man sich doch die Lebenszeit sparen soll, das Ganze als Zickenkrieg zu beschreiben, weil es misogyn ist, dass man aufhören soll, ihr penetrante Nachrichten zu schicken. Man soll sich einfach mit anderen Dingen befassen. Tja, wir tun's nicht. Aber gut, wir nennen's jetzt auch nicht Zickenkrieg, weil es ist kein Zickenkrieg. Es ist eine legitime Auseinandersetzung zwischen zwei ehemaligen Freunden, die zusammen ein extrem erfolgreiches Business aufgebaut haben und sich doch nicht so gut verstehen, wie wir dachten. Ich glaub, daraus lässt sich, lässt lernen, dass es echt schwierig ist, Freundschaft und Business zu vereinen. Voll. Und, dass man sich wirklich immer ganz genau Gedanken machen sollte, wie das Konzept aussieht. Ja. Dass man immer auch in der Lage, also Fairness ist immer ganz, ganz wichtig. Bin ich in der Lage, das auszuhalten, wenn ich so viel arbeite und mein Gegenüber fast gar nichts macht und die genauso viel Kohle bekommt? Zum Beispiel, wenn's monetär jetzt ist. Genau, richtig. Und natürlich sagen, also macht Ines ja was, indem sie halt ja auch ihre Plattform mitgebracht hat, die ja etwas größer, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt am Anfang gestartet haben, aber definitiv ist Ines die bekanntere, allein durch die ganze Luke-Mark-Küsch-Geschichte und so. Klar bringt sie da was mit, sie bringt ihren Humor mit, sie bringt ihre Fanbase mit, aber genau, reicht das halt, ne? Weil das Daily-Business sieht halt dann trotzdem anders aus. Ja. Vis-a-vis sitzt und recherchiert und spricht mit Leuten und Ines kommt halt dazu und weiß gar nichts. Ja. Ich weiß ganz gar nicht, ich würde damit nicht klarkommen. Ne? Und wir haben ja auch jetzt kürzlich unsere Arbeitsweisen geändert, weil wir das Gefühl hatten, die eine macht mehr als die andere oder auch mit Geld oder was auch immer. Ja. Und dann nennt man das. Ja. Und ich bin da nicht sauer, du bist nicht sauer und so muss das halt laufen. Aber das, ja, aber wenn du dann jemanden hast, der konfliktscheu ist und harmoniebedürftig und dann nichts anspricht und dann staut sich das an und die andere spürt, dass irgendwas ist. Ja. Will dann aber, vielleicht will auch Ines, vielleicht ist sie auch harmoniebedürftig oder weiß halt nicht, wie sie das ansprechen soll. Klar. Das war ja auch eine, ne, allein mit ihrer Long-Covid-Erkrankung, ich glaube, dass sie auch sehr empfindlich ist, ähm, vis-a-vis, wenn es halt um solche Gespräche auch geht und weil sie einfach ein komplett anderes Mindset hat als Ines. Ja. Und was ich auch verstehen kann, das ist halt echt, ja, ich finde schon, dass es der richtige Schritt war, sich zu trennen. Ja. Ich wünsche, ich hätte es für die beiden nur gewünscht, dass sie es früher gemacht hätten und in Frieden auseinandergegangen wären. Das ist so. Weil das tut mir sehr leid. Boah, Schelfo, du bist so lange befreundet und dann endet es so, weil die kennen sich doch aus Radiotagen. Da haben nämlich, glaube ich, zusammen irgendwie Volontariat und so, und die kennen sich sehr, sehr lange. Voll schade. Ja. Also ich hätte damit, also es wäre für mich wirklich ein Drama, wenn wir beide nicht mehr befreundet wären. Das wäre richtig schlimm. Ja. Also ist mir der Podcast nicht so wichtig, ne? Also, ähm, also no shade, aber. Nee, 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 das ist es halt. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Und hoffentlich finden die beiden irgendwie irgendwann zueinander und können es schlichten. Ja, was sagt ihr dazu? Habt ihr noch Infos, Meinungen? Seid ihr Fans, keine Fans? Schreibt das in die Kommentare. Habt ihr es gemerkt? Das fand auch Lotti öfter mal so ein bisschen streng mit ihnen, würde ich fragen. Wie so eine Lehrerin mit einer Schülerin, die ungeduldig ist. So hat sich das manchmal angehört. Auch mit, auch mit Max, finde ich, klingt Lotti manchmal nicht so nett. Vielleicht bin ich auch sehr empfindlich darauf, weil Max ja auch oft sich was anhören konnte von Elena Gruschka. Aber die beiden haben es ja auch irgendwie schön auseinander geschafft. Wer weiß, was da passiert ist. Aber da hab ich manchmal auch das Gefühl, dass Lotti ihn oft so ermahnt. Und sich manchmal für so ein paar Dinge, die er sagt, auch schämt. Oh. Okay, ich muss mir das mal mehr anhören. Lotti ist, glaube ich, ja, ja, weiß ich nicht. Die ist halt echt gut in dem, was sie tut. Ja. Und weiß auch viel und ist eine sehr intelligente Frau. Ja. Ich frage mich, wie sie privat halt ist. Weil manchmal klingt sie sehr streng in Podcasts. Es kann ja auch sein, dass sie halt einfach jetzt mit ihrer neuen Art, auch mit ihrem neuen Leben ja auch zurechtkommen muss noch ein bisschen. Ja. Dass sie irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt kann sie reinhauen, weil sie früher immer so harmoniebedürftig war und nie was gesagt hat. Und so. Und jetzt irgendwie ins andere Extrem rutscht und jetzt vielleicht noch ein bisschen ihren Weg finden muss. Ja, ja, ja. Ja. Och, der arme Max. Der muss ja auch jetzt wieder aufhören, ne? Ich weiß gar nicht, ob der immer... Der Podcast geht weiter. Ah, der geht weiter. Nur Instagram, glaube ich, hat er jetzt aufgehört. Ah, okay, gut. Okay. Ich wünsche auch, wir freuen uns alles Gute. Und Lotti ja natürlich auch. Und ihn auch. Ja. Genau. Ansonsten folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okchopodcast. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020